Jedes Kind hat seine eigene Geschwindigkeit, sein eigenes Interesse und seinen eigenen Rhythmus. In der Natur kann man sich selbst Sachen machen. Schnitzen und so. Ein wichtiges Weg für die Kinder zu trainieren ist die Arbeit und die Arbeit. Und ich sehe diese Weg sehr gut, dass man die Bücher und die Schrift und die Schrift. Wir wollen nicht überlegen, sondern wir wollen die Möglichkeit geben, ein eigenes Ding zu finden und ihren eigenen Weg zu suchen. In der Endeffekt, die Kinder sind immer ein Freund für die Kirche. Und das ist das, was wir wollen, ist, dass es in einem Ort der Welt sein kann. Die Sendung wird von ihnen weitergekommen dargestellt, wenn man jemand verletzt hat, sich dadurch mit dem Auslernen ab und allen zu ernennen. Er hat man die Schuld Documentation meselekt. Er hat man einen GIZ-Each-Each-Maximisch kriterien, und er hat sich schon sehr gut auf den Erden gebildet. Man, die es wirklich AC-A-Tippe in der Arbeitsgruppe zu trainieren. Er handelt sich in der Arbeitsgruppe zu trainieren, Er hat man die gute und die Schriftle an-Each-Geholzonen in der Stadt. Er hat sich die aktuellen HUFF-Each-Autos- although leiteraien zu sein, und es hat eine Stück gemacht. Er hat sich gerade in dem Schiffen, Auf dem 5-Jahre war der Beobachter, die die Verkaufel für die Verkaufel verabschieden sind. Sie haben ein Verkaufel gemacht, um die Kinder und Kinder zu erzeugen. und die Arbeit zu erzeugen. In der Beobachter war der Beobachter, die die Verkaufel verabschieden sind. In der Beobachter der Beobachter, die die Verkaufel-Denzen und die Verkaufel-Denzen sind. Wir haben die erste Bezor-Alemagne gesehen, weil sie sehr schädel sind. Das ist ungefähr das Erdn. Erdn ist ein bisschen ein Schädel. Wir haben versucht, diese Situation zu finden. Die erste Bezorgen ist in der Eifel-Watn. Sie ist eine Bezorgen-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn. dass alles in der Mitt examination geht sind. Es gibt hier alles internationalen Für die F arbitrary betartenden und zum Beispiel am Hut, ein Anlage der Eingrache zum Spiegel im Internet zu bieten und Zaards' zu produzierendenxyzay apertigen? Das ist ihre Regelungen zu reden, zeitlich zu den Bezorgenheiten, sowie den Bezorgen-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn-Watn, die Bezorgen K Jimmer singular sind. Ein Beispiel Folgen des Trauszeit von 3ويAAAAAAAA-Watn-Watn, in die Leute viniere Erreignent und dav أنags很 sparsan bei Spiegel ihr inquietet habt. Ich war im Nationalpark. Wir sind über so einen Weg gegangen, der aus Bäumen bestanden hat. Hat Spaß gemacht, rüber zu rennen. Es gab da Trichter, mit denen man Waldgeräusche hören konnte, die man so mit bloßen Ohren nicht hören konnte. Es war auch toll, als man so ein Teleskop nehmen konnte, damit man sieht wie ein Fuchs, alles in 10 cm Höhe. Es war schwer, weil du nur Gras siehst und du bist voll verwirrt, fällst ab und zu fast hin, läufst irgendwo gegen fast und man hat überhaupt keine Orientierung. Der Tag war sehr interessant und spannend. Das Konzept Learning by Living haben wir entwickelt, weil wir möchten, dass Kinder eigenständig durch eigenes Tun und Handeln lernen. Und wenn ich die Neugier geweckt habe, dann kann ich dem Kind als Begleiter da weiterhelfen, kleine weitere Schritte zu machen. Und sein Wissen wird immer mehr, ohne dass das merkt. Wir tun das auch auf spielerische Art und Weise, aber es geht immer vom Kind aus. Das Kind bestimmt in welcher Richtung es geht und wie weit es gehen kann, immer in seiner Geschwindigkeit. Und in der zweite Woche, zum Beispiel dem Einbarn im Geheimdiki, die Einbarnung und Berührungen unterわt sind, und die Feuer und Schulungen mit dem Bildungsgarten beinhaltet. auch mit der Zeit für die Veranstaltungen für die Veranstaltungen. Die Zuschauer hat die Zuschauer über die Veranstaltungen über die Veranstaltungen durch die Veranstaltungen mit der Veranstaltungen. Also Abenteuer Lernen möchte Kindern Erfahrungsmöglichkeiten geben so dass Kinder alles selber ausprobieren können, auch mal mit den Händen arbeiten, experimentieren, etwas falsch machen können. Unser Ziel ist schon Bildung für nachhaltige Entwicklung weil wir denken, dass die Kinder natürlich das Leben morgen bestimmen werden und dazu brauchen sie Gestaltungskompetenz und sie müssen selber handeln und Verantwortung für sich zunächst und dann auch für die anderen übernehmen können und das geht nur wenn sie langsam da herangeführt werden und das in ganz kleinen Dingen immer wieder ausprobieren dürfen. Und wir wollen alle Kinder mitnehmen Es wird nicht, dass ein Kind aufgrund eines Handicaps oder irgendwelcher Defizite nicht teilnehmen kann. Alle Kinder sollen teilnehmen können. Wir arbeiten heute bei der Veranstaltungen vom Berkende der Abenteuer Lernen. Wirizen, dass es viele Begrüßt noch haben, und sie verkünden viele Anstrengungen. Die Anstrengungen werden von verschiedenen Veranstaltungen Sie zut Jochen ist die Anstrengungen- und die Ausrichtung der Veranstaltungen und deinen Anstrengungen mit einer gewohnlichen Anstrengungen und der Beste anbürochen und die Copen. und die Arbeitspläne und die Arbeitspläne. Auf dem 3. Wir haben die Aufmerksamkeit, die in der Gebäude, in der Gebäude von Bohnen, und die Veröffentlichung, und die Veröffentlichung, über 11,000 von den Gebäuden auf der Gebäude, von 12 Hektaren. Das ist wichtig, für diese Gebäude, ist die Forschung und die Forschung und die Forschung. wie es in der Zeit ist, in der Zeit ist, die Menschen mit allen anderen mit der Zwiebeln mit der Zwiebeln mit der Zwiebeln. Wir haben heute sehr geholfen, dass wir auf die Zwiebeln in der Zwiebeln geholfen haben. Die Zwiebeln hat viele von den Zwiebeln geholfen von den Zwiebeln geholfen. Und wie es ist, dass wir für alle Menschen in der Zwiebeln geholfen haben. Und insbesondere für die Zwiebeln. und die Kinder kommen und sind sehr begeistert. Und hier gibt es eine Menge von Nischatungen, die in diesen Nischatungen kommen können. Diese Nischatungen arbeiten auf dem Weg zu den Wachstum, und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit für diese Nürburgräufe und die Ölgäufe kann auf jeden Fall sein, weil die Nischatungen auf der Welt sind ein Wachstum für alle Welt. Der Botanische Garten ist quasi ein riesiges grünes Klassenzimmer mit mehreren tausend Pflanzenarten. Und wir können direkt an der Pflanze zeigen, was das Besondere ist. Die Kinder können das anfassen und wir können jedes Mal bei einer Klassenführung eine kleine Weltreise machen. Als Beispiel habe ich mal diese Pflanze mitgebracht. Das ist die Kapuzinerkresse und sie zeigt den Rotuseffekt. Das heißt, das sind abweisende Oberflächen. Und ich zeige das mal mit Honig. Sie hat eine Oberfläche, von der Honig, Wasser und sogar Klebstoff abherlt. Und weil diese Oberfläche so abweisend ist, kann man mit Honig Perlen machen. Also wir waren heute im Botanischen Garten. Da haben wir eine Führung gemacht. Also wir haben da so eine Pflanze kennengelernt, die steht da hinten. Die ist feuerfest. Und dann haben wir noch mit der Führerin so ein Experiment gemacht. Also wir sollten uns Kräuter und Pflanze aussuchen, die wir reinmischen. Und dann mit Wasser und einem Arzt halt für Grün. Und dann wurde das halt bei mir Grün. Und das riecht total gut. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Weil wir uns das selber aussuchen können. Und wir haben keine Forschrift. Und das musste man dann auch so schütteln. Und das ist Grün geworden. Und das heißt Grün Mild. Malach suite, Folge, BANKING Nahar ist unsere unsere Forschungsfaltformation und Schwä seront altes. Und sie erbusten. und die Einwälder, die unvergleichbar sind, die sich selbst auf eine Art und Weise verwendet. Der Ziel ist es, die Beobachtung für die Lebensmittel, wie die Wälder und die Wälder, wie die Wälder und die Wälder, wie die Wälder und die Wälder sind. Auf diesem Feld, hier vorne, ich zusammen mit einem Kurs Lebensräume und Biotope die hier in dieser Kiesgrube vorkommen. Wir orientieren uns dabei an einem weiteren Modell, wo solche Pflanzengesellschaften schon mal idealtypisch angelegt worden sind. Es fängt also an bei den trockenen Lebensräumen, bei Pflanzen, die auf Kies und Sand wachsen, bis hin zu den Pflanzen, die dann in Sümpfen und Moeren gedeihen. Heute werden wir mit der NABU auf den Das war die letzte Mal von der Rechnung über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Stadt, und über die Möglichkeit, die Menschen zu helfen, in der Beschreibung des Menschen. Und in der Gebäude der Gebäude der Gebäude des Mädels in der Stadt, und die Gebäude der Gebäude des Mädels, die hier in der Gebäude, mit der Gebäude der Gebäude des Mädels und der Gebäude, Es geht darum, die Kinder und Jugendlichen zuerstellen und zuerstellen, wo sie stehen, um ihnen zu erinnern und zu erinnern, was sie sehen, wie sie leben und dann in einem nächsten Schritt überlegen, wie sie weiterentwickeln können. Es geht dann immer auch um den Bezug zur Natur, weil die Städte, und das ist im Wesentlichen das, womit wir uns beschäftigen, mit der Entwicklung der Städte auch, sich natürlich auf der Erde, also auf der Natur, auf der natürlichen Gegebenheit finden, die sich in letzter Zeit und in Zukunft sehr ändern werden. Und es geht dann um die Frage, wie müssen oder können die Städte darauf reagieren, wie können wir als Menschen, und die Kinder natürlich als die Menschen, die noch sehr viel länger dort leben, oder hier leben, darauf reagieren, was kann man feiern. Musik 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 Es gibt eine Menge von der Stolfeine, die die Aufarbeitung des Arbeitslöfens zu tun. Das ist eine Menge für die Verteilung. Und auf der Törbe, die nicht so gut für die Nämöe und die Nämöe, haben Sie nur mehr Gebäude, die eine andere Werteilung anstattet von den Gebäuden. Die Verhältnisse der Törbe, die jetzt die Neufe-Güchel, mit den Nämöten der Nämöe, die andere Nämöe und die Nämöe. Wir haben die Überlegung über die Veränderung und die Veränderung in der Stadtklinien, die wir in den Stadtklinien haben können. Die Veränderung ist eine Art von der Stadtklinien. Die Veränderung ist eine Art von Böden und Fassail von den Nibataten, die wir sehen können in dieser Stadtklinien. Sie sind eine Art von Nibataten, die in Deutschland nicht auszule in Deutschland. und die Nürburgrüben und die Zürburgrüben werden. Aber ich hoffe, dass die Erdn-Dürburgrüben werden kann in diesem Ort für die Erdn-Dürburgrüben. Und dass wir in den Erdn-Dürburgrüben werden, die der Umweltbülle für die Erdn-Dürburgrüben sind. Ich habe auch eine Art und Weise, die wir in den Belegungen haben, und die Anstattung mit den Kindern und den Kindern in den Bernden. Wir haben in den Bernden vielemische Gründen, die wir in den Bernden haben, und wir haben die Nische Brüder, die wir mit den Bernden leben können, und die die Nische Brüder leben können. Ich möchte mich zurück auf den Bernden und ich will das, was ich mit diesen Tögeren auswählen. Untertitelung des ZDF, 2020